moin leute und herzlich willkommen zurück hier auf meinen kanal danke dass du da daraus wieder eingeschaltet hast und ja heute geht es weiter mit der five vampire und zwar habe ich heute einen redesign für das augs inventar für euch ja so sieht das inventar dann aus wenn wir das öffnen und so würde das bei euch dann auch aussehen und hier links haben wir natürlich die hautbar also von 1 bis 5 das heißt wenn wir jetzt hier klicken denken wir dann auch funktioniert 1 gut viel mehr gibt es eigentlich auch nicht zu sagen wir ich würde sagen wir kommen direkt zur installation link wie immer unten in der video beschreibung so wenn wir das ganze dann herunter gelernt haben haben wir diese zip und diese müssen wir dann auch auspacken und diese benennen wir dann auch um box inventar box unterstrich inventar und wenn wir das gemacht haben sieht das ganze dann so aus und wir tauschen einfach nur so die inventarweime aus das heißt so das alte können wir entfernen und das neue ziehen wir einfach rein und mehr müssen wir auch nicht machen und somit haben wir ein neues design für das aux inventar nämlich einfach schnell und gut gut leute falls euch das video so weit gefallen haben sollte dann lasst doch wie immer ein daumen nach oben da kommentieren abonnieren nicht vergessen und wir sehen uns in der nächsten folge wieder auto rein und ciao ciao